ja wort der fag leute wo ist denn das wir laufen mal da in der nacht ja weil extrem cool ja extrem wie cool leute ich sage ich die der nacht himmel da da gibt es auch patches für die computer geschichte das schaut noch besser aus aber ich ich bin immer noch immer noch hin und weg von dem ganzen scheiß wo ist denn der mond hin da ist er unglaublich ja seht ihr wir sind da schon wieder falsch kein direkter weg was ist denn jetzt passiert x auf der karte und noch einmal warum sind wir darauf gelaufen überhaupt da könnt ihr euch erinnern dass wir mal hier waren also leute ich möchte nur mal behaupten dass die glückste idee war wildgerste fagel zu der läuft da ist was ist denn jetzt eiszauber schmarrn was ist denn jetzt so das ist aber auch genug jetzt du kasperl weil das hätten wir ja nicht so gern gesehen da unseren hund hauen und da will das ist wieder irgendwo in der bahnbar da fuhr gehört dafür den coolen end das kann ja nicht sein leute immer gibt es irgendwelche jungs das muss ich ja auch aufpassen dass ich mich noch nicht ganz leicht geblasht ganz leicht geblasht ganz leicht geblasht ihr wollt zu den nord gehören geh weg du? so wo ist denn du bist denn du? komm her und? gefällt euch das? oh ja wir gehören zu den nord möchte ich nur kurz einmal anmerken hier hauen wir da wieder mit dem schwert rein was ist denn das? meko? ja verflixt noch einmal echt hat der den habe ich selbst wieder heim gedreht ha 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 unser meko faff ah leute ich schaue ob ich da schneiden kann ansonsten wird das wieder ein Takeout ich glaub's nicht ah kurze Pause ha ha bis später ah da hinten seiner den letzten nehme ich jetzt weite ha die mich ich sag's euch ja das kann ja nicht sein ich mach nen Schnitt der Hund ist schon wieder hin ha 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 kurze Pause das wird nen Takeout denkk ha 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 wer hat meko erschlagen leute ich weiß ja nicht was da jetzt abgegangen ist ich musste einen kurzen schnitt machen ein moment ja 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 hurra das war ja wir könnten da was könnten mit der ziel oder festlegen ich muss den marken wieder wegsetzen wie geht denn das jetzt schnell sie dort festlegen ja noch da entfernen ok